So, dann werden wir aber gleich mal auch auf die Karte schauen, weil ich mich so circa zurückgegeben werde. Machen wir jetzt das oder das. Hätte ich gesagt gehabt. Machen wir, machen wir, machen wir, machen wir das so. Machen wir so, so, so. Ja, 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 machen wir das so. Weil dadurch, dass wir ja eigentlich eh auch zurück müssen, wäre das ideal, wenn wir währenddessen ja auch noch ein bisschen ein paar Kisten kriegen. Ich glaube, wir sollten ja wenigstens ja schon mal 100 haben. 100 sollten wir ja schon wenigstens mal haben. Das sollte dann auch reichen dann noch für eine Verbesserung. Ich muss währenddessen noch das Mikrofon einstellen. Ja, für die Basis, damit wir dann auch die NS3-Mission fertig haben. Damit wir dann, dass... Oh, der Basis gar nicht durchkommen, bis du neuf sich selbst. Eh, dass wir von der Story her mäßig ein bisschen weiterkommen. Oih, 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 oiih, oiih, oiih. Jetzt bin ich da nicht stecken geblieben. Wie geht's erwartet, dass ich da stecken legg? Ja. Now what, 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 work, work, work. Ähhh, just ahhh, ja. kannst du flüchten dafür sagen dass wir auch du kriegst joker heute auf euch zu Fuß werden aber du weißt wir sind nicht mehr auf dem fucking weg wir sind nicht mehr auf dem fucking weg beziehungsweise dass man erkennt man vielleicht etwas gehen haus zeigte mir jetzt an aha ja ok ja wie meine mission eigentlich auch gut zu wissen aber ja mein Fahrzeug, immerhin Fahrzeug perfekt genau dem was wir dann mehr machen wollen oder sogar das Fahrzeug da muss man auf und gucken so und tschüss da muss man damit klarkommen, dass ich meine LMG habe alter du bitch verdammte erholt du ähm, ja, ich bohren mal warte, 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 ich bohren mal kurz da tschüss warte, wo ist denn noch ein schlappschwansch fick dich fick dich einfach was ganz genau, dass ich damit nicht umgehen kann ah, das ist, ja genau, da sind wir ja jetzt auch noch bei dem Bereich auch noch na super na, wo ist denn noch so salbenmäßig schießen ja, definitiv so salbenmäßig tschüss was warte, 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 warte warte, 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 warte warte, warte warte, warte, warte weiß, denke ich wie jaglu, lasse ich hier muss sein das muss drin sein na fick dich ja, ein ihmal Jetzt einfach vorher einmal zurück. Wahnsinn. Gehen wir hier nicht mehr aus. Da hinter mir, gell? Ach da auch. Gehen wir direkt da. Und tschüss. Nicht. Boah, gute Arbeit, eh nicht gesagt. Wie süss. Und tschüss. Ist es jetzt noch? Das ist unser Basis-Fack. Jo, jedenfalls mal blündern. Einmal blündern. Ist es eh... ist... das fand... Ich glaub das Fahrzeug ist nicht mehr da. Na super. Welche Tricks hat das Schiss-Fahrzeug geplündert? Wahnsinn. Oh fuck. Oh fuck. Und geöffnet. Nichts. Ah, na, na, na. Oh, war... ne, wo... Oh, das ich... das könnte ich... Ja, ok, weil es blutet doch nicht. Warte, warte mich zu... Warte... Was ist schon wehren? Deswegen a wurscht. Na sicher von mir schön los. Puppel. Ich würde nur sagen, bitte los einsteigen. Na super, Mann. es schaut wenigstens wie ein wegel aus das schaut wenigstens wie ein wegel aus so war da unten müssen wir da unten da bin ich noch ein bisschen rauf verfahren na so schaut's gut aus so schaut's gut aus Ok, Ramp ist auch da in der Nähe, ist auch gut, kann auch für irgendwas dann später bestimmt sein, wer weiß, wer weiß, manche Sachen sind einfach nicht umsonst auf der Welt, beziehungsweise in der Welt. Oh, jetzt schauen wir sich doch mal an, wie du gesagt. Let's go. Rätselfisch. Interessant. Okay. Interessant. Die Geburle, wo läufst denn du hin, Burle? Was ist mit dir los? Ja, zünder alles an, haust dir recht, so ein Battle-Wichser. Aber es ist sowas von. Okay, jetzt über euch. Nehmen wir mal das Schild für alle Fälle. Oh. Ja, ist gut. Ist gut gesagt. Hol dir die Vorräte. Aha. Ah, der Witz wahrscheinlich. Ach so, na wort, na wort, na wort. Ja genau, da lesen wir das gleich mal. Ähm, zum letzten Mal. Nein, ich tausche nicht die Tür aus. Normale Schütze reichen gegen die. Okay, 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 okay. Jo, wie auf den, nee, wie auf den Bleibs in der Wege geht's ja nicht. Au Wahnsinn mit dir. So. Beim Haus ist es quasi aufgeschrieben. Das könnte ich aber auch da sein. Du könntest wenigstens irgendeine Geschichte erzählen oder so währenddessen wieder die ganze Zeit da. Oh Wahnsinn. Ah, ich hab schon gehört. Ähm, super. Ah, weh, du gründige Drexer, du. Du furze, du. Tschüss. Mit dir, du blöde Satter. Ähm, wofür ist... Hä, hä, zeig mich einfach die voll verrückte Reihenfolge. Okay. 6, 1, 3, 5. Warte, vielleicht sollte ich da ein bisschen nochmal. Oh, 2, 4, 6, 1, 3, 5. Also erstmal die Geraden und dann die Ungeraden. Alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar. Schon auch ganz kurz für alle Fälle nochmal. Genau, 1, 2, 4, 6, 1, 3, 5. Perfekt. Hammer, 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 hammer. So, gut gemacht. So, da müssen wir dann gleich nochmal eigentlich schauen. Na, nee, du musst eigentlich fliegen. Das muss ja cooler ausschauen. Ah, Wahnsinn. So ein Wichser. So. Damit die 2. Dann die 4. Dann die 6. 3, 1, 1, 1, 1, und dann hin, Nummer 5. Und sie sind mühflichtig. Da war... 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 Ich sag den Kindern, dass du unterwegs bist, um einen See-Monster zu suchen. Hier hat ein Bunker gestoßen wird. Da war... 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 Ich sag den Kindern, die 5. ...dass sie verbrauchen... Das gibt's ja nicht... Wahnsinn. Wir haben... Wir haben... Wir haben einfach leider kein Zehn dafür, gell? Nur dass das was, gell? Wir haben... Wir haben... Wir... Wir haben was... Was ganz... Wichtiges zum Türen. Wie zum Beispiel dir... Nicht...